Hallo meine Lieben, ich mache mal wieder ein kleines Unboxing Video. Hier habe ich ein Päckchen von Amazon und zwar weiß ich auch was da drin ist. Das ist die Qmox SJ4000 Action Cam. Ich habe mir die schon mal bestellt, die kamen vor 2-3 Tagen an, da habe ich auch ein Unboxing Video gemacht. Ich habe sie allerdings aus China bestellt, ein Fake und die ist so dermaßen schlecht. Darüber werde ich wahrscheinlich nochmal ein Vergleichsvideo machen, mit dem Fake und mit der echten. Da ich aber begeistert war von der Größe der Cam, wollte ich sie unbedingt haben und habe mir die jetzt bei Amazon bestellt, in Original Qmox SJ4000 Action Cam. Ich habe mir die ohne Zubehör bestellt, ich zeige euch das mal. Mit Zubehör kostet sie aktuell, ich glaube 92 Euro. Und da ich aber das Zubehör habe, aus China, brauchte ich das nicht und habe mir jetzt nur die Kamera bestellt, die dann, ich glaube 69 Euro oder sowas kam. Ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall habe ich einiges gespart, da ich das Zubehör jetzt nicht brauchte. Ja, tatsächlich ist das Täckchen jetzt dementsprechend auch nicht so. Das ist normalerweise ein anderer Karton mit der Kamera drin. Aber da ich jetzt nur die Kamera bestellt habe, ist das hier auch was ganz kleines, winziges. Das ist jetzt auf jeden Fall das Original. Und ich habe, wie gesagt, viele Videos gesehen, die super waren und kein Vergleich mit dem Fake aus China. Lasst unbedingt die Fähne davon. Die aus China kam nur 38 Euro umgerechnet. Aber leider war das herausgeschmissenes Geld, was sehr ärgerlich ist. Ja, leider gab es die jetzt, um dass sie nächsten Tag kommt, wirklich nur in schwarz. Ich hätte sie gerne mal in pink oder so bestellt. Aber dann hätte ich bis zu 11 Tage warten müssen, dann hatte ich keinen Bock. Jetzt war ich irgendwie angefixt und wollte die Kamera haben. Hier ist sie, kleine, süße Kamera. Und das ist, wie gesagt, das Original. Ich war total begeistert, weil sie wirklich so, so süß ist. So klein, damit kann man unterwegs super filmen. Deswegen wollte ich sie jetzt haben und ja, habe mir jetzt das Original bestellt und ich bin sehr gespannt. Jetzt ist auch nicht zwei dabei. Wie gesagt, ich habe jetzt nur die Kamera bestellt und dementsprechend ist hier lediglich, sehe ich gerade, noch ein USB-Kabel dabei. Aber das war es auch schon. Das ist ein USB-Kabel. Und mehr war jetzt auch nicht dabei. Ich bin sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall mal, wie gesagt, ein Vergleichsvideo machen mit der KUMOX und mit dem Fake aus China. Und da werdet ihr dann die Unterschiede einfach mal sehen. Die aus China war dermaßen schlecht, vor allem von der Tonqualität. Ja, das ganze Menü und so ist anders. Aber wie gesagt, das werdet ihr sehen. Das war jetzt die Kamera. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon drauf und hoffe, dass sie mich nicht so enttäuscht wie die aus China. Was ich aber mal nicht denke und hoffe. So, das war es. Ich werde auf jeden Fall auch extra nochmal zu der Kamera ein Review machen. Also einfach mal ein paar Testvideos und Fotos und bei YouTube hochladen. Und ich werde auch nochmal ein Vergleichsvideo, wie gesagt, machen. Vielen Dank fürs Schauen, ihr Lieben. Und bis bald.